Liebe Freundinnen und Freunde von MK Online, von ganzem Herzen wünsche ich Ihnen ein gutes neues Jahr, ein erfolgreiches neues Jahr, ein gesegnetes neues Jahr. Jede Zeit liegt auch in Gottes Händen, das glauben wir als Christen. Und deswegen gehen wir auch mit Hoffnung hinein, auch wenn wir manche Sorgen haben. Jeder hat sein eigenes Leben zu leben mit den Herausforderungen. Wir wissen, wir sind nicht allein, Gott geht mit uns. Das ist unsere Hoffnung. Und das wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen, dass Sie das erfahren. Vielen Dank.